Du hast im letzten Jahr in Immobilien investiert und stellst dir die Frage, habe ich denn jetzt bei den gestiegenen Zinsen ein Kapitalmarktrisiko? War das alles im Nachhinein eine gute Investition? Gibt es generell Probleme für mich? Und das Thema möchte ich mir heute gerne mit mir anschauen. Wie bewertest du dein individuelles Depot- oder Assetrisiko bei deinen Kapitalanlagen? Viel Spaß beim Anschauen. Ich habe mich in den letzten Wochen mal selber mit der Frage bei unseren eigenen Investments beschäftigt. Wie ist es überhaupt, wenn wirklich die Objektwerte sinken? Wie entwickelt sich sozusagen unser Ertrag, unser Vermögensertrag? Und ich habe mir gedacht, das ist ja schon mal eine sehr interessante Thematik, die vielleicht den einen oder anderen da draußen von euch auch interessiert. Und ich habe das selber für mich jetzt auf Depot-Ebene, also auf Portfolio-Ebene gemacht. Ich würde aber einfach mal diesen Vergleich und dieses Beispiel auf eine Einzelwohnung runterbrechen, damit das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Warum mache ich das? Grundsätzlich interessieren mich ja zwei Fragen. Die erste Frage, funktioniert mein Investment noch? Sprich, wenn ich später verkaufen sollte, am Ende der Zinsbindung, nach zehn Jahren, dann idealerweise auch steuerfrei, habe ich dann noch einen Ertrag? Was passiert, wenn die Märkte sinken? Und zum anderen natürlich auch die Frage, habe ich gegebenenfalls Zuschusspflichten, Sicherungspflichten gegenüber der Bank? Dieses Thema Zuschusspflicht und Sicherungspflicht, wenn ihr das nicht sagt, du musst dir vorstellen, die Banken haben ja vom Prinzip eine Grundschuld auf dem Objekt. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Objekte eingepreist sind. Wenn jetzt aber zum Beispiel aufgrund von Marktszenarien die Objekte sinken und das Risiko sozusagen für die Bank steigt und die Sicherheiten nicht mehr gegeben sind oder besser gesagt abschmelzen, dann kann es dazu führen, dass die Banken Nachschlusspflichten erwarten. Das ist allerdings meistens immer am Ende der Zinsbindung bei einer Neufinanzierung so. Innerhalb der Finanzierung ist das eher selten der Fall. Wir gucken uns mal folgendes Beispiel an und zwar eine Wohnung, die zum Beispiel 2020 für, sagen wir, 180.000 Euro gekauft wurde. Die Wohnung hat 65 Quadratmeter und wird aktuell mit 9,50 Euro im Monat vermietet. Das bedeutet, es gibt insgesamt 585 Euro Kaltmiete. Auf Finanzierungsseite hatte der Käufer oder der Investor jetzt in dem Moment einen Zinssatz von 1,3 Prozent gehabt und eine Tilgungsrate von 2 Prozent. Somit eine Gesamtrate von 495 Euro im Monat für die Bank. Dann muss man ja noch als Eigentümer die nicht umlagefähigen Kosten bezahlen, also sprich die Kosten für den Verwalter und die Instandhaltungsrücklage für das Gemeinschaftseigentum. Jetzt in dem Fall waren das nochmal 60 Euro, sodass die Gesamtwohnung für den Investor 555 Euro im Monat gekostet hat. 585 Euro Miete kamen rein, somit 30 Euro Überschuss. Also alles gut, die Wohnung trägt sich von alleine, keine Nachschlusspflichten aus eigenem Geld, alles so weit in Ordnung. Die entscheidende Frage, die man sich jetzt aber stellen muss, naja, wie ist es denn überhaupt mit meinem Ertrag, wenn jetzt die Immobilie sinkt? Das ist die erste Frage, wenn ich verkaufen möchte. Und die zweite Frage, die ihr sicherlich euch stellt, trägt die Immobilie sich denn überhaupt noch, wenn ich dann mit höheren Zinsen später das Ganze Anschluss finanziere? Und beide Szenarien gucken wir uns mal an. Wir fangen mal mit dem ersten Teil an. Was ist denn jetzt überhaupt, wenn die Preise fallen? Und ich habe euch hier mal eine Tabelle mitgebracht, die wir mal einblenden, wo ich mal simuliert habe, wie viel ist letztendlich hier noch an Darlehen am Ende der Zinsbindung offen? Und was wäre, wenn der Immobilienwert zu diesem Stichtag, wenn die Anschlussfinanzierung gemacht wird, sinkt? Und zwar um 10, 20, 30, 40 und 50 Prozent. Und ihr seht anhand dieser Tabelle sehr, sehr gut, dass vom Prinzip bei einem Preisverfall um 10 Prozent euer Vermögenswert, also Verhältnis Objektwert, wenn man heute verkaufen würde, zu abzulösenden Darlehen bei der Bank immer noch 55.000 Euro beträgt. Und ihr seht, selbst bei einem Worst-Case-Szenario, dass die Preise um 40 Prozent einbrechen und ihr dann verkaufen würdet, vorausgesetzt, dann wäre es so, dass ihr dann sozusagen mit 1.000 Euro Vermögenswert, also Plus, Minus, Null aus der Sache rauskommt. Besser gesagt eher ein Minus, weil ihr ja auch wahrscheinlich dann, wenn ihr je nachdem, nach Finanzierung auch Kaufnebenkosten aufgewendet habt. Ihr seht erst ab einem Preisverfall von 50 Prozent würde der Investor jetzt in diesem Szenario ein Problem kriegen. Ich persönlich, ich gehe nicht davon aus, dass wir einen Preisverfall von 40 bis 50 Prozent sehen werden. Es ist auch sicherlich auch die Frage, wie hoch der damalige Einkaufspreis war, aber für meine eigene Kalkulation rechne ich mal, sagen wir mal zum Beispiel, mit 10 bis 20 Prozent, habe ich immer noch einen vernünftigen Vermögensertrag, wenn ich verkaufe, was ich allerdings nicht vorhabe. Aber nur mal rein optional gesehen. Und ihr seht, bei einem sehr, sehr krassen Szenario über 50 Prozent wäre es sozusagen ein Problem. In dem Fall müsste man überlegen, ob man dann wirklich mit einem Verlust verkauft oder ob man die Wohnung dann nicht vielleicht einfach nochmal neu finanziert und weiter vermietet. Das obliegt natürlich dann jedem Einzelnen, das zu prüfen. Die andere Frage ist, was würde denn jetzt passieren, wenn die Zinsen steigen und ich würde jetzt die Immobilie neu finanzieren und weiter vermieten? Das habe ich mir auch mal angeguckt. Und zwar, was wäre, wenn zum Beispiel die Zinsen um 5 Prozent jetzt beispielsweise ansteigen würden am Ende der Zinsbindung und man mit 2 Prozent tilgt, also mit einer 7-prozentigen Annuität an die Sache rangeht. Bei 107.000 Euro Restschuld bei dem Darlehen würde die Rate 425 Euro betragen. Man hätte somit eine Unterdeckung von 39 Euro, dann kommen ja noch diese nicht umlagefähigen Kosten dazu und somit hätte der Investor jetzt bei einer Neufinanzierung insgesamt 99 Euro Unterdeckung. Bei der Berechnung gehe ich jetzt aber davon aus, dass wir hier die nächsten Jahre bis zur Zinsbindung, bis zur Neufinanzierung keinerlei Mietanpassungen haben. Bei einer 85 Quadratmeter Wohnung ist es, oder je nachdem, bei anderen Wohnungen auch, ist es ja realistisch, dass man in den nächsten Jahren mal eine Mietanpassung durchführt. Wenn man das jetzt in dem Fall machen würde, dann würde man mit dieser Mietanpassung diese Unterdeckung dementsprechend ja auch gegencovern. Die andere Option wäre, wenn man jetzt so einen Fall hätte, dass man zum Beispiel die Tilgung auf 1% reduziert, auch das würde dazu führen, dass man dann leicht im Plus ist. Oder im Worst-Case-Fall müsste man jetzt hingehen und müsste sagen, okay, ich nehme jetzt einfach diese 100 Euro im Monat und investiere die dann on top als Teil meiner Altersvorsorge, damit ich die Wohnung jetzt nochmal längerfristig finanzieren kann. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und ihr seht, so geht man an die Sache ran. Das heißt, man schaut sich mal an, wie hoch ist die Restschuld zum Ende der Zinsbindung, wie hoch war mein damaliger Einkaufspreis, wie wäre es vom Prinzip bei einem Szenario, wenn der Preisverfall um 10 bis 50% stattfinden würde und kann das ins Verhältnis setzen. Was man auch machen kann, was natürlich dann noch professioneller ist, so mache ich das konkret, indem man zum Beispiel das Objekt im Vorfeld bewertet. Es gibt sehr, sehr interessante Tools. Also wir arbeiten als Finanzierungsberater mit Programmen, wo wir mal genau sehen können, wie hoch ist denn das Objekt überhaupt heute wert. In unserem Beispiel gehen wir ja von dem ursprünglich bezahlten Kaufpreis aus. Es kann aber sehr, sehr gut sein, dass wenn du zum Beispiel damals oder sagen wir mal vor 4, 5 Jahren 180.000 Euro für die Wohnung bezahlt hast und wir das mal konkret bewerten, dein Objekt jetzt vielleicht aktuell 240.000 Euro wert ist. Und dann wird man natürlich in dem Moment von den 240.000 Euro ausgehen, vom aktuellen Marktverkaufspreis, wo man dementsprechend 10 bis 50% runterrechnet. Und da wäre diese Differenz natürlich zu euren Gunsten noch mal größer. Das wäre natürlich noch mal ein bisschen professioneller, das so zu machen. Aber als Anhaltspunkt kann man natürlich auch den damals bezahlten Kaufpreis nehmen. Auch das geht, um sozusagen diese Berechnung hinzukriegen. So oder so würde ich das jetzt genau für jede einzelne Wohnung, die du hast, auch machen. Das heißt, du schaust dir jede einzelne Wohnung an und kannst dann somit genau mal aufaddieren, wie hoch wäre sozusagen dein Gesamtvermögenswert und natürlich auch die gesamten Mehrkosten bei einer Neuvermietung, wenn du zum Beispiel jetzt viele Wohnungen hast, wenn du alle Wohnungen neu vermietest. Somit siehst du vom Prinzip auch dein Risiko, dein Gesamtportfoliorisiko und deine gesamten Mehrkosten, die entstehen. Ich gehe davon aus, dass wenn du einige Immobilien besitzt, du mit Sicherheit auch einen Überschuss hast. Das ist bei uns auch der Fall. Und da ist es so, dass natürlich über diesen Überschuss, der jetzt jeden Monat generiert wird, ja sowieso schon ein Puffer aufgebaut wurde. Theoretisch könnte man dann ja mit diesem Puffer auch erhöhte Zinskosten bei der Anschlussfinanzierung gegenfinanzieren. Das sind grundsätzlich so die Überlegungen. Das muss man sich mal genauer angucken. Auch ein partieller Verkauf einer Wohnung wäre möglich, um damit sozusagen dann Finanzierungen der anderen Wohnungen quer zu finanzieren. Ihr seht, man kann auf diese Weise sich etwas beruhigen. Man kriegt so ein bisschen den Stress raus und man muss natürlich auch darauf achten, dass man nicht zu viel negative Presse konsumiert und von maximaler Endzeitstimmung ausgeht, was ja gut und gerne mal vermittelt wird. Es gibt gute Gründe dafür, dass auch Immobilieninvestments in der Zukunft noch nach wie vor gute Investitionen bleiben. Dass auch Immobilien als Kapitalanlagen quadratisch praktisch gut auch nach wie vor immer noch auch ihre Daseinsberechtigung haben. Das ist schon immer so gewesen. Das wird auch in Zukunft so bleiben, das klassische Betongold. Aber natürlich hat sich die Situation ein bisschen geändert. Und ich verstehe zu Recht, wenn man sich da Gedanken macht. Aber so kriegst du das ganz gut raus. Wir sind deine Online-Baufinanzierer. Wenn du konkret planst, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, dann nimm auf jeden Fall Kontakt mit uns auf. Wir können dich dabei unterstützen mit Rentabilitätsberechnungen. Wir können für dich deine Finanzierung gemeinsam mit dir planen und bei den Banken das Ganze platzieren und einfach mal genau gucken, was für Unterlagen brauchst du, was liegt vor. Also ein Rundumpaket, damit du am Ende da auch eine vernünftige Entscheidung triffst. Wir sind selber Investoren, wir wissen, worauf es ankommt. Und können dich dabei top unterstützen. Buch dazu gerne hier oben in unserem Kalender einen Termin und dann lernen wir uns einmal persönlich kennen. Wenn du darüber hinaus weitere Videos sehen möchtest, findest du hier unsere Playlist. Wir freuen uns auf deine Anfrage. Bis bald, der Ricardo von der Faktor Wir.